Hallo liebe Freunde, ich habe heute ein neues Trommelvideo für euch und zwar ein Stück zum Trommeln und zum Singen. Dieses Stück heißt Jigbo und kommt aus dem westafrikanischen Land Ghana. Dort ist es überliefert von den Fischern, die, wenn sie nach Hause kommen, zum Feierabend, dieses Lied spielen, singen, tanzen und trommeln zur Freude, um sich zum Feierabend zu freuen und einfach Spaß zu haben. Dieses Lied spielt man normalerweise auf der Pan-Logo-Trommel. Ich habe keine Pan-Logo, sondern ich habe eine Djembe und die meisten von euch wahrscheinlich auch. Das heißt, nehmt einfach, was ihr habt. Wenn ihr keine Djembe habt, sucht euch irgendeine andere Trommel oder einen Eimer. Geht immer. Und ich spiele euch dieses Lied zuerst mal vor, singe es vor, trommelt es vor, dann könnt ihr mal sehen, wie das klingen kann. Auch im Original-Tempo. Und anschließend mache ich für euch den Rhythmus mal langsam Schritt für Schritt, dass ihr ihn lernen könnt. Okay, Chigpo, viel Spaß dabei! Ja, Chigpo, viel Spaß dabei! Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Also so klingt dieses Stück Und den Text lernen wir anschließend Als erstes zeige ich euch den Djembe-Rhythmus Oder den Trommel-Rhythmus, wie auch immer Und zwar fangen wir an mit dem ersten, ganz leichten Rhythmus Das ist der Rhythmus, den ihr super gut zum Gesang als Begleitung benutzen könnt Ich sage zu diesem Rhythmus immer ganz gerne Das ist der Schublade-Rhythmus Denn man kann das Wort Schublade dazu sprechen Und zwar geht es so Schublade-Schub Lade-Schub Lade-Schub Ihr spielt Bass Ton-Ton-Bass Ton-Ton-Bass Ton-Ton Ich mache es nochmal langsam mit Wort dazu zum Mitsprechen Schub Schub Lade-Schub 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 Habt ihr das? Eigentlich ganz einfach Genau, das ist der erste Rhythmus Ziemlich einfach Und dazu kann man singen Ich zeige es euch nochmal Ich spiele es langsam und singe ganz langsam den Text dazu Dann habt ihr den schon mal Eigentlich ist der ganz einfach Ich spreche ihn euch mal vor Es geht so Das war's schon Das Ganze wiederholt ihr so lange bis ihr keinen Lust mehr habt Also schaut mal Ich spiele und singe dazu Ich spiele und singe dazu Hey Hey Ajinah Hey Ajinah Hey Ajinah Zipo Ajinah Hey Ajinah Hey Ajinah So Wenn ihr das nicht beides gleichzeitig könnt Also trommeln und singen Sucht euch jemanden der singen kann Ich weiß nicht Ich kann es nicht so gut Aber viele viele Afrikaner können es auch nicht so gut Ich habe schon einige Sachen gehört Als ich in Afrika Da musste ich mir echt Ohrstöpsel reinstecken Aber ihr wisst Es geht ja auch primär nicht ums Singen Sondern ums Trommeln Also sucht euch jemanden der gut singen kann Und ihr trommelt dazu den Rhythmus Oder andersrum Vielleicht kann jemand super getrommeln Und ihr könnt gut singen Ihr werdet das schon schaffen So Jetzt Rhythmus Nummer 2 Der ist ein kleines bisschen komplizierter Nicht so besonders großartig Dazu Singen ist ein bisschen schwieriger Deswegen nehmen wir diesen Rhythmus jetzt mal alleine Als Trommelrhythmus Und zwar Der Rhythmus geht so Ich habe auch für diesen Rhythmus Einen Text zu merken für euch Damit ihr den leichter lernen könnt Und zwar der Text dazu geht so Hilf mir mal dabei Hilf mir mal dabei Hilf mir mal dabei Hilf mir mal Ja? Ich mache es nochmal ganz langsam für euch zum Üben Bei Bass geht es los Hilf mir mal dabei Hilf mir mal Hilf mir mal dabei Hilf mir mal Hilf mir mal dabei Hilf mir mal Ja Soweit Und wenn das gut klappt Könnt ihr das Ganze natürlich immer versuchen Ein bisschen schneller zu spielen Aber merkt euch ganz doll unbedingt Immer erst langsam anfangen Und wenn ihr es gut könnt Wenn es klappt Wenn ihr euch sicher fühlt Dann fangt an das Tempo zu steigern So schnell wie ihr glaubt Dass es noch richtig ist Ich spiele es nochmal langsam Ohne sprechen Den Text habt ihr jetzt Und werde mal ein bisschen schneller Ich spiele es genauso wie ihn Untertitelung des ZDF, 2020 Genau, das waren ein paar kleine Elemente aus dem Lied Chicbo aus Ghana. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Probiert es aus, testet diesen Rhythmus, übt ihn und schreibt mir entweder in die Kommentare rein, ob ihr das könnt oder ob das zu schwierig war oder schickt mir ein kleines Video von euch, wie ihr es gemacht habt, wie ihr es getrommelt habt. Das würde mich freuen. Ansonsten, ja, ganz viel Spaß bei diesem Song und bis zum nächsten Mal. Ciao, euer Jens Boom Boom Crazy.